In diesem Video möchte ich einen neuen visuellen Effekt für die Mac-Version von Camtasia 2021 vorstellen. Gemeint sind die 3D LUTs oder auch Lookup Table. LUTs können für die Nachbearbeitung von Videos, also für die Farbkorrekturen, sehr hilfreich sein. Oder wenn man einen ganz bestimmten Look oder Color Grading für sein Video haben möchte, kann man das schnell mit LUTs machen. Zum Beispiel, wenn man sein Video mit einem Retro Look versehen möchte. Lookup Table oder LUTs kann man sich auf diversen Seiten im Internet herunterladen und diese kann man dann in Camtasia importieren. Dazu gehe ich auf visuelle Effekte. Da wählt man den Effekt Farb Lookup Table, zieht den Effekt auf das Video. Dann wählt man in den Eigenschaften Lookup Table und LUT Datei importieren aus. Jetzt wird die Datei zu den LUTs hinzugefügt und ich kann diesen Effekt direkt auf mein Video anwenden. Ich finde das eine sehr schöne Neuerung in Camtasia 2021, mit der man tolle Farbeffekte schnell und ohne große Rechenleistung auf ein Video anwenden kann und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Und da ist noch ein Video anwenden Kannstattel für ein paar Minuten. Dann مس